Hallo und herzlich willkommen, ich bin GüntherP und das hier ist ein kleines Infovideo und ja, ich habe eigentlich gar nichts großartig zu sagen. Ich will einfach nur sagen, ich habe ein neues Avatables. Das ist meine neue Nachricht, die sich so im Monat ergeben hat. Der User, der mir die erstellt hat, also der mir das Bild erstellt hat, der ist in der Beschreibung verlinkt und die zweite Nachricht, die jetzt noch kommt, ich will es gerade kurz und knackig machen, ist eben halt, dass Let's Talk nicht immer Sonntag kommt, sondern unregelmäßig, das heißt immer, wenn ich Lust habe und so weiter und so fort, weil ich da eben halt so ein bisschen meinen Produktionsstandard, ja, bei den Let's Talks zumindest verbessern will und da dann so ein bisschen, ja, das nicht immer jede Woche schaffe, da dann immer alles so vorzubereiten und zu googeln und tralala und trilalo, mir das da gut zu überlegen, weil ich will das jetzt nicht so ganz spontan machen mehr. Äh, ja, das war es eigentlich schon, was ich sagen wollte, ist recht kurz geworden jetzt das Infovideo, egal, soll auch nur kurz Informationen liefern, also, ne, haut rein!